Naja. Ja. Dieser Ball. Hier Reihen und Schmieden. 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 Jo, klar. Deutsch for the win. Was? Ich hab ne Kiste gehört. So, mal gucken. Itembox. Kann ich denn schon was nehmen? Stufe 12. Ein Stab, der auf jeden Fall besser ist. Ja. Den Drachen kann ich mich schon anlegen. Hey, dann guck mal epische Schwerte. Oh ja, eben. Soll ich wieder ein paar Barrikaden hier hinbauen? Ah, das wär ne Idee. Ja, dann würd ich machen. Gut, dann brauch ich Mana. Oh ok. So, ich geh jetzt mal das ganze Zeug an die Bank verkaufen, was ich nicht brauch. Oh, in hier die nächste Kiste. Ist der? Wow. Alles an die Bank verkaufen. Wie alle da stehen an der komischen Bank da. dritten eine sie verglichen wenn sie für dieses lustig akk so gut um ich hoffe mal dass es hier noch nicht alle kisten aufgemacht wurden aber ich brauche noch mindestens zwei eine eineinhalb ich habe noch gar nicht geboten viele genommen hat dann haben wir zu wenig er ist aber jetzt ist mein drache rot geworden so wobei ich jetzt noch am besten sind das ist so solche hinten auch für den bauern oder willst du hier komplett auf sichern zu tun die stadt kann ich ja sicher das ist kein Problem warum sind das auf einmal mehr ähm weil du nicht privatisch match gemacht hast naja gut egal oder was da ja warte ich schreib schnell in den chat wie ist lief wie lief geschrieben ähm ähm nee arfer egal kann ich das noch ändern achso äh englisch Alter was ist denn das das ist ja mal richtig englisch das sollte englisch sein so also ich bin fertig ja gut ja gut da ist gelieft ich will ihn sowieso rauswerfen ja aber das nächste mal bitte privates match hier ne ja also ne und so epic fail ok ähm das ist gerade ganz schlecht weil ich hab da zwei Seiten zu verteidigen ohne irgendwas das naja dann gehe ich hier auf die Rechte ab dem Mana ich habe ach ich kann nicht so oh dann gehe ich hier auf die Linke ich auf die Rechte ich bleib hier wo ich jetzt bin ja ja du lasst Augen in die Mitte gehen weil da ist ja zu Not abgesichert du Stürmer ja ich kann schon eine Seite kann ich allein verteidigen ohne Türme aber die andere Seite links halt nicht ja ich komme mich ja drum na dann passt doch ok komm Drachenbaby mach Schaden ok meine Seite ist schonmal meine Seite ist sicher so wie es aussieht ja jetzt kommt Zweite wenn er ich habe keine Einheiten hinzu denn also bei mir kommt keiner durch bis sie keiner mehr ach jetzt ja jetzt machen wir mal welche oh ja was für ein Länder komm schon oh es wurde vom Bogenschützen getötet nein also zumindest angekloppt das ist so ein Frechdachs so okay tödödödömm tödö tödödömm ich nehme zumindest mal eine Kiste hier hinten o jetzt müssen wir auf jeden Fall woanders also damals Dagon auf der Seite so jetzt kann ich es selbst verteidigen ich könnte jetzt auch feuerzürme bauen so ich sage ich kann selbst verteidigen und dann klatsch gleich mein turm bei mir hin aber das soll mich nicht weiter stören so noch mal schöne truhr hier ist eine rüstung und ein schwert dann soll mal zum angst gucken also für mich ist da nichts dabei so so genau nein ich wollte eigentlich dahinter aber ich bleibe hier mal hängen an dem scheiß Ding cooler drachen so ich weiß halt nicht ich denke mal der müsste auch da unten angreifen wenn er jetzt da draufsteht so ich hätte jetzt noch 20 männer übrig weiß jemand brau stell mal zur not hier noch eine barrikade hin was wo und woran so ich werde mal noch dann weiß er mal nie so ich bin sozusagen bereit warte 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 ich muss hier noch ganz kurz kürzen feinde na gut das geht ja noch ich habe mich sauber deswegen könnte ich eigentlich werde ich drei von den schwertern also drei von meinen leuten hätte auf drei seiten gleichzeitig verteidigen das sind meine starb macht aber auch richtig gut damit ja meine auch ich bin meine spassseite schon fertig nein es hat noch so einen dicken ogre den muss ich jetzt halt noch kaputt haben so hier liegt ein grüner handschuhe lass sie kommen lass sie kommen denn ja ja auch gips resistenten ne gut da ich keinen gipschaden mache ist mir das eigentlich relativ egal ja der ist resistent das auto eben lässt mich nicht von dem weg alter ich will mal wissen wie man das blöde auto eben ausschalten kann doch gar nicht ja meine hat auch so ich bin voll aufgehalten ich bin eigentlich aufhalten auf mir werden am ende der runde aufgehalten wieso heile ich mich da selber das weiß ich nicht naja nicht gut nee krass vor vor letzter wende jeres starb so ich überlege es gerade kann man eigentlich die türme auch bewegen ähm warte nö du musst sie halt verkaufen und neu aufbauen schätze ich nicht nicht na egal darf ich noch einiges daheim ja hier für die nicht hab auch mal eine übrig ne ich nehm die andere hier hinten ok und der muss schon wieder da hinten auf meiner seite rum hier liegt schon wieder ein schwert aber ich denke mal das brauchst du eh nicht oder hinten liegt ein grüner gegenstand für mich so ein dicker stab ich setz mal schnell barrikaden in die mitte ich setz mal schnell barrikaden in die mitte nicht so nicht so die barriere wird weg dann kann ich da nämlich ne große hinsetzen dann heiz nicht ja hat noch jemand mana übrig äh ja 26 20 ich nehme alles was ich kriegen kann ich brauche insgesamt am ende 80 das das jetzt bräuchte ich noch 30 mana zu bieten guter bau ich hier ein feuertürme hin doch mitte möge bitte der besitzer des magietoms da wegbauen denn damit bist du gemeint dann war schon wieder ich ja deine türme irgendwo willkürlich hin wo jeder seinen an äh äh das ist ja gut also den hier meine ich ich weiß ja nicht wo du jetzt hinbauen noch in der Welt wo haben wir den lieblichen verdächtigen diesmal den hier ja ach mein mein armer ja hast du dir so viel mühe gegeben ne ja ich verteidige mal die mitte da kommen mehr Gegner Tag und Nacht habe ich mich an und setze aber mal gucken ich habe da jetzt zwei feuertürme hingebaut mal gucken ob die überhaupt was bringen geh weg mit deinem komischen äh luxusschwert da das schwert könnte dich onehitten da ist mir schon bewusst wieso gibt es hier in diesem spiel kein pvp äh weil es ein tower defense spiel ist so ich bin bereit ich will jetzt endlich ach ja ich bin auch bereit ich geh auf meine seite rüber ich geh auch mit auf meine seite oh hier liegt noch Schwert ist aber viel schlechter als meins so oh meins verteilt halt gleich mal 170 damage oder was keine ahnung doch an sich naja übertreib mal ne ja war voll übertrieben ja 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 wohin mein Drache macht die Onehit wenn der mal angreift ja 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 naja das ist ein ganz schlimmer oh langweilig lauf einfach durch und nicht sterben alle ja 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 dann spiel doch nicht mit so hochboden so ja Yep ja nächste Runde gehe ich mal auf Toms Seite und räum da ein bisschen mit auf nein machst du nicht hier liegen drei Städte bei mir liegt noch ein Schwert oh grün leuchtende Stiefel bei Garten hätte ich ja auch gedacht die Ziele mal auf dem Kopf aber passiert irgendwie nix hey denn die greifen ja die Garten hier an wir haben leider nicht so ein One-Hand-Messer wie du ich mag das Schwer das ist so überbauert das sowieso hey level up kann ich ja noch mehr auf Rundschaden gehen das glaube ich auch das sinnvollste bei dir würde ich mal fast behaupten ja aber ich gehe nicht auf Nahkampf ich gehe auf Stürme weil die Türme viel besser sind als ich als eine Nahkampfs-Ehe sein könnte ich bin jetzt die letzte oder die vorletzte die vorletzte ja Sorgon wie gesagt hier liegt noch ein Schwert aber ich weiß nicht ob das was für dich ist ich auch nicht hier liegt noch ein Brustpanser wenn ich was Grünes auf der Map legen nein ist ja auch nichts Grünes nicht Grün hier ist noch was Grünes oh schöne Handschuhe für mich da hinten liegt noch Mana wenn es keinen Namen will nehme ich es nicht haben wir hier die Kiste aufgemacht ja dort irgendwie leuchtet hier hinten irgendwas ist das das ist Dan's Seite also ist deine Seite Dan hast du die Mitte? ja gut dann ist das hier Tom's Seite kann ein bisschen bei dem aufräumen gehen so oh jetzt kommen ja die TNT Viecher dann gehe ich doch lieber auf meine Seite jetzt bin ich auf deiner Seite kannst du auch auf meiner Seite bleiben mir ist Wurst musst du entscheiden also gehst du rüber ich gehe auf meine ja ich gehe auf meine schon passt schon also ich wäre bereit ich bin auch bereit äh naja ich bin auch gleich bereit wartet so jetzt ja du 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 Das Gute daran ist, wenn die TNT-Viecher One-Hits sind, können sie sich nicht zünden. Wahrscheinlich steht bei mir dann Kills durch Held, eigentlich fast 100% der Kills, die ich überhaupt gemacht habe. Na gut, ich denke mal, in einer Barricade oder so, na gut, da kommen wir gar nicht bis dahin. Ja, ich habe noch. Weil bei mir werden sie am Feuerturm vorher abgeblockt, die zu drehen Blocker da rennen wollen. Oder kommen die TNT-Viecher? Ich eben zwei Hitschel, die können sich gar nicht zünden. Oh, verdammt. Ich hasse diese TNT-Viecher. Ich wurde getötet. Oh, ich werde auch gleich getötet. Okay, Storgon-Schnetzel da ja wirklich richtig weg. Ja. Mein Selfie. Ich bin froh, dass ich mit meinen komischen Ding hier 30 Schaden mache. Ich mache 17 noch mit meinem Schaden. Ach gut. Dann bin ich ja so an euren Stück gewinnt. Ja. Ich bin schon fertig mit meinen, boah, langweilig. Die sind kein einziges Mal zu einem der Türme gekommen bei mir. Ich habe die alle am Spawn getötet, ey. Letzte Falle. So langweilig. Können mal mehr kommen. Kann ich mehr bam bam bam. Ich brauche jedenfalls einen besseren Stab, ey. Das ist bei mir aber auch so, ey. Ich kann die gar nicht alle aufsammeln, die hier liegen. Ich rüste aber mal meine Türme auf. Dann, wir können ja mit Türme auch rüsten. Ja. Dann, die hier rumstehen, haben noch nie was bezweckt. Ja, noch nicht. Ich glaube, das wird jetzt aber der Fall sein. Na ja. Erstmal müssen sie meine Barriere zerstören. Dann können dann erst schießen, weil meine Barriere so steht, dass sie nicht schießen können. Ja, nein, nein, dann brauche ich. Ja, das ist schön. So, das nochmal reparieren. Ja. Ich wäre es dann soweit. So, reparieren. Ach, ich kann nicht auch noch was reparieren. Dann mache ich das auch noch. Wo ist es schlecht? Also bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Das ist schon mal positiv. Ist schon mal gut, dass es beim Posten leckt. Jetzt nicht mehr. Oh. Oh, ein einsamer Turm. Ja. Look. Das sagen wir wieder zu deiner Seite. Ja. Auf geht's. Hab mal keine Wange. Nein, das Schlimme ist, jetzt kommt das so ein dicker Oger, ne? Den kann ich mit meinem Schwert wahrscheinlich tun. Hinten oder? Hinten oder so. Hinten oder so. Hinten oder so. Also ein bisschen übertrieben. Also die sind alle Feuerresistenz jetzt. Ja. Das ist doof, weil mein Schwert macht so viel Feuerschaden. Ja, meine Feuertürmer machen auch so viel Feuerschaden. Oh, das merke ich auch gerade. Ja, okay. Das geht aber trotzdem. Der macht trotzdem richtig dick Damage. Wollen wir ein bisschen anders machen? Boah, nein, TNT-Frieser. Oh, fuck, 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 fuck. Mann, schon wieder tot. Ich bin immer durch deine Scheiß-Plakate hier eingeklemmt, ne? Soll ich mal beim Oger helfen? Ah, der war nie so. Okay. Kommt vor. Oh, Gott. Wir kloppen ja hier die Barrikade runter, na dann. Let's fit's. Okay, bei mir sind doch schon einige, die jetzt kommen. Die kommen auch schon alle relativ ziemlich weit. Also ich habe erstmal hier wieder durchgekloppt. Merkt mal, jetzt ist nur noch der Oger da. Ich kämpfe gerade gegen den Oger. Okay, bin tot. Ich auch. Äh, der kommt gleich durch, komm. Äh, ja, schön. Ich mach was. Ich bin wieder da. Wenn deine Scheiß-Barrikade ja nicht so stehen würde, ne? Ja, mach sie weg. Ich hätte es halt schon weggelegt. Ich habe gesagt, ich soll sie wegmachen, hätte ich sie weggemacht. Ja, sonst bin ich ja dort nie so in die Bedrängnis gekommen. Aber jetzt bin ich ja ganz falsch. So, ich habe erstmal die Kleinen weggemacht und den Oger, die Agro auf mich gezogen. Und jetzt sollte ich vielleicht mal vom Oger weglaufen, weil sonst bin ich gleich wieder tot. Da ist tausend Merklander. Ja, den kriegen wir locker. Ach klar. Mein kleiner Drache macht ihm richtig dick Schaden. Ich mach dem richtig dick Schaden. Ja, mein kleiner Drache aber auch. Mein kleiner Drache macht dem 99 Schaden oder so. Ich höre fast gar nichts mehr so laut, das ist gerade. Oh, ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet. Das ist jetzt der Einzige noch. Oh, fuck. Ne, es sind noch zwei andere irgendwie da. Der und noch ein anderer. Also. Jetzt komme ich hier wieder. Ja, pass mal auf, der tut jetzt nur Killsteal. Wo ist denn jetzt nur noch einer? Wo ist denn jetzt nur noch einer? Ist aber nicht besser. Können Sie sich mal einen Hut schmieren, meint es episch. Einer lebt noch. Wo ist denn der? Ja, hinten an der komischen Barrikade. Ach, das ist wahrscheinlich ein Bogenschütze, ja. Der denkt, der muss auf die Barrikade schießen. Na dann. Okay, auf jeden Fall sind hier bessere Schuhe. Und Löffelaufstieg, jawohl. Ebenfalls. Schön. So. So, ich gehe mal sauhart aufgrund Schaden. Ich habe mal bei meinem Zürm extrem viel Schaden jetzt. So, dann gucke ich ihn mal an. Also, ich bin immer schon mal wertvoll. Zerspieler finde ich schon mal gut. Nee. Heldkills 210. Und wie viele Kills hast du normal gemacht? 317 insgesamt. Okay. Okay. Ich habe am meisten Kills gemacht, aber auch nur durch die Heldkills. So. Wie viele Kills habe ich denn gemacht? Loll. Okay, 238. Naja. Na, Alter, was hast du für Schaden? Die kriegt 10.000. Dein hat 6.000. Na gut, ich habe 7.000. Ach, nee, ist ein Punkt, da verdammt. Heldenkills 82, okay. Ich habe 210. Ich glaube, jetzt, wer ist der Lavin? Ja. Gut. Doch eins. Ja. Ja, das läuft gerade so schön. Okay, sind wir schon dabei. Also, hui. Läuft gerade so gut. Eben. Ich frage mich, wie lange wir noch durchkommen. Ja, wir müssen dann wahrscheinlich jetzt mal langsam anfangen, taktisch zu spielen, weil jetzt am Ende war es doch schon relativ hart. Ach, quatsch. Ach, quatsch.